Partnerhoroskop für die Sternzeichen Waage und Steinbock Passen Waage und Steinbock zusammen? Menschen mit dem Sternzeichen Waage sind sehr kompromissbereit und legen viel Wert auf ein gutes Benehmen. In der Partnerschaft mit einem Steinbock trifft die Waagefrau oder der Waagemann auf einen Partner mit einer sehr ehrgeizigen und loyalen Persönlichkeit. Das lässt vermuten, dass die Konstellation Waage und Steinbock nicht unbedingt erfolgversprechend ist. Zwischen den beiden kann es immer wieder zu Machtkämpfen kommen, die eine Beziehung stark belasten. Deshalb sollte man sich das Partnerhoroskop Waage genau durchlesen, damit man als Waage seinen Partner mit dem Sternzeichen Steinbock auch verstehen kann, vor allem wenn es um die Liebe an sich geht. Ausführliches Partnerhoroskop für Waage mit Steinbock Die Waage wird es in der Beziehung nur schwer schaffen, den Steinbock dazu zu bringen, das zu tun, was die Waage gerne möchte. Die Waage hat auch große Probleme mit der schweigsamen Art und der introvertierten Art des Steinbocks klar zu kommen. Allerdings könnte der Steinbock mit seiner gründlichen Art und seiner Prinzipientreue der Waage etwas mehr Tiefgang und Streben nach Höherem nahe bringen. Ein Streitpunkt in dieser Beziehung wird auch immer wieder die Kontaktfreudigkeit der Waage sein, womit sie ein ums andere Mal die Eifersucht des Steinbocks provoziert. Gefühle sind ein Fremdwort Die Sternzeichen Waage und Steinbock haben beide keinen engen Bezug zu den emotionalen Ebenen des Lebens. Dem zielstrebigen Steinbock sind Gefühle suspekt, da sie für ihn nicht berechenbar sind. Er, und das gilt für die Steinbock-Frau wie für den Steinbock-Mann, empfindet Gefühle in erster Linie als problematisch, da er sich durch sie von seinen Prioritäten abgelenkt fühlt. Deshalb versucht er in aller Regel, sich erst gar nicht damit zu beschäftigen. Bei der Waage ist es dagegen so, dass sie ihren objektiven Standpunkt und ihre Ausgeglichenheit nicht verlieren möchte und sich deshalb dagegen wehrt, allzu tiefe Empfindungen bei sich zuzulassen. Keine einfache Beziehung Eine Partnerschaft zwischen Waage und Steinbock wird alles andere als einfach werden. Der geradlinige Steinbock blickt nur selten nach links oder rechts und geht unbeirrbar seinen Weg. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Waage ist künstlerisch veranlagt und steht neuen Eindrücken weitaus offener gegenüber, als dies beim konservativen Steinbock der Fall ist. Das Problem der Waage ist, dass sie an einer schon fast chronischen Entscheidungsschwäche leidet, mit der sie den Steinbock zur Verzweiflung bringen kann. Deshalb kann diese Partnerschaft nur funktionieren, wenn beide dazu bereit sind, voneinander zu lernen und die Eigenarten des anderen nicht nur zu tolerieren, sondern zu schätzen. Der Sternzeichen Waage kann vom Steinbock Klarheit und Durchsetzungsvermögen lernen und die Waage kann es schaffen, den manchmal etwas festgefahrenen und unflexiblen Steinbock aufzulockern. Dann ist es durchaus möglich, dass sich daraus doch noch eine bereichernde Beziehung entwickelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Coco Apple Chorrent 1 2 3 2 4